Was ist Gewalt? Ein anderer Mensch macht was mit mir, es ist nicht angenehm für mich, oder es tut mir weh. Ich will das nicht. Es gibt drei Formen von Gewalt. Körperliche Gewalt, seelische Gewalt, sexuelle Gewalt. Dieses Video zeigt, was körperliche Gewalt ist und was gegen Gewalt hilft. Julia, was hast du da für einen blauen Fleck im Gesicht? Mein Stichvater hat mich gestern geschlagen. Wir hatten eine wilde Diskussion und die hat er dann beendet, indem er mich geschlagen hat. Das hat er schon öfter gemacht. Seitdem geht es mir nicht gut und ich schlafe schlecht. Was? Das darf er nicht. Niemand darf dir weh tun, egal was du gesagt hast. Er darf das nicht. Er tut dir weh, das ist Gewalt. Was ist körperliche Gewalt? Ein anderer Mensch verletzt meinen Körper. Zum Beispiel durch Schläge, Stoßen, Zwicken, Treten. Ein anderer Mensch tut mir weh. Ein anderer Mensch bedroht mich mit einem Gegenstand. Jemand zwingt mich mit körperlicher Gewalt zu etwas, das ich nicht will. Zum Beispiel Duschen, Essen, Umarmung. Woran erkenne ich körperliche Gewalt? Körperliche Gewalt kann man manchmal sehen. Zum Beispiel blaue Flecken, Verletzungen. Menschen, die körperliche Gewalt erleben, fühlen sich oft schlecht oder sind traurig. Menschen mit Behinderung erleben besonders oft körperliche Gewalt. Du bist nicht schuld. Die betroffenen Menschen sind nie schuld an Gewalt. Schuld sind immer die Menschen, die Gewalt ausüben. Zu diesen Menschen sagt man TäterInnen. Es können bekannte oder auch fremde Menschen sein. Mein Betreuer hat mich auch auf dem blauen Fleck angesprochen. Und was sagt er? Er hat mir sofort Hilfe angeboten. Wir haben gemeinsam das Gewaltschutzzentrum angerufen und einen Termin ausgemacht. Machst du eine Anzeige bei der Polizei? Ich weiß es noch nicht. Du hast das Recht auf eine Anzeige. Du kannst über eine Anzeige selbst entscheiden. Das Gewaltschutzzentrum oder andere Beratungsstellen helfen dir bei dieser Entscheidung. Das erinnert mich an die Situation bei uns im Wohnhaus. Es gibt eine Betreuerin, die anscheinend überfordert ist. Wieso? Was macht sie denn? Gestern wollte unser Mitbewohner Fritz nicht essen. Und die Betreuerin hat ihn regelrecht dazu gezwungen. Ich glaube, sie ist komplett überfordert. Sie bringt auch die Leute ins Bett, obwohl sie noch nicht müde sind. Und sie ist dabei nicht gerade satt. Sie schubst uns sogar richtig herum. Das musst du unbedingt der Leitung melden. Und überhaupt, wo bleibt da das Recht für Selbstbestimmung? Du hast das Recht auf Selbstbestimmung. Selbstbestimmung heißt, jeder Mensch darf über sein Leben selbst bestimmen. Die Einrichtungen müssen Menschen mit Behinderung mitbestimmen lassen. Zum Beispiel, mit wem will ich zusammen wohnen? Wann will ich duschen gehen? Wann will ich schlafen gehen? Was will ich essen? Niemand darf dich zu etwas zwingen, das du nicht willst. Und was kann man in solchen Situationen eigentlich tun? Du darfst doch sagen, was du gerne möchtest. Du darfst Nein und Stopp sagen. Du darfst Geh weg sagen. Du darfst dich aber auch wehren. Du kannst jemanden um Hilfe bitten. Du kannst auch die Polizei anrufen, wenn du dich bedroht fühlst. Wenn du Gewalt erlebt hast, solltest du mit einer Person sprechen, der du vertraust. Erzähl dieser Person, was du erlebt hast. Menschen mit Behinderung müssen wissen, was körperliche Gewalt ist und wo sie Hilfe bekommen können. Du kannst auch telefonisch Hilfe bekommen. 0-316-774199 Gewaltschutzzentrum Lasst uns hautnah und gemeinsam etwas gegen Gewalt tun. Wichtige Notruftelefonnummern 133 Polizei 112 Euro Notruf Notruf für gehörlose und hörbehinderte Personen SMS an 0800 133 133 Mehr Informationen findest du im Begleittext zum Video oder unter www.alphanova.at 0800 133 143 143 41 Untertitelung des ZDF, 2020